So, weiter geht's. Das war nur ein Angstgut wegen dem Asienkomiteet. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier sogar geschnitten. Ah, das ist ein Fischer, seht ihr mal. Ich sehe zwar den Fisch nicht, aber solange er ihn sieht, ist ja gut. Noch ein Baby machen. Wo bleibt denn das fünfte Dorf? Jetzt muss ich tatsächlich nur mit dem scheißen Wurf sperren versuchen, ein Dorf einzunehmen. Oh, das ist so ein Kack. Und das fünfte Dorf könnte ich nochmal sozial übernehmen, denke ich. Ihr habt alle gesnackt. Was der Herr der Tiere ist, weiß ich nicht. Das kann nur der Häuptling. Und dem Häuptling, den schicken wir uns einfach mal hierher. Aktivieren den Herr der Tiere. Na, er kann fliegen. Seht ihr das? Das macht das alles ein bisschen schneller. Wo, wo zur Hölle? Lieb mich. Ah, guck, die freuen sich für mich zu gehen. Folgen die mir jetzt, oder wie? Könnt man gleich mal helfen? Haben wir gut? Haha. Helft die mir jetzt, oder wie sieht das? Feig die sich jetzt gegenseitig. Ich muss dann auf jeden Fall nochmal einzunehmen. Sperre Action. Alle den gleichen. Das sind jetzt ein Scheißer. Alle kommen so da angeflogen Angreifer an sich, der so ein Kack Jetzt einmal alle zurück Das Dorf ist jetzt ziemlich am Arsch Du willst mich verarschen Alle zurück So, wo sind sie denn? Jetzt bin ich wahrscheinlich schon aggressiv, nein Ich denke, das macht mehr Schaden als Gift Und drei drücken, boah, dann stürmen sie alle drauf zu mit dem Speer Jetzt freuen sie sich erst mal an Astrop, dass sie gewonnen haben Jetzt sind sie wieder am Verhungern Boah Ist der Häuptling? Der dumme Häuptling Nee, das hat jetzt nicht funktioniert Hat es nicht Doch, da, gut Ja, ganz toll, weil der Häuptling nicht da war, hat es nicht funktioniert Nein, gar Ja, da Da kommen jetzt wieder welche, die greife ich wieder an Aber zuerst möchte ich meine Leutchen heilen, deswegen würde ich jetzt alle noch fischen Wenn ihr drei könnt auch sammeln Das ist nicht so das Problem Boah, ich bin ein bisschen Boah Nicht, damit ist quasi nicht echt die langweiligste Phase in meiner Meinung nach Ich meine die fünfte Phase ist ja bloß wirklich nur Bloß wirklich nur In der fünften Phase ist es ja wirklich schwierig Und ich weiß gar nicht, ob man davon hart abkommen kann in der fünften Phase Siehe, die Phase Ach, so lang Schon Wahnsinn Sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Oh, Eier genau Eier kriege ich ja nicht, wenn ich keine Kreatur habe Sind das wieder sechs Mitglieder Das kann ich einmal machen Dann soll jetzt jeder einmal zum snacken kommen Dann soll jetzt jeder einmal zum snacken kommen Und dann greife ich die wieder an Wenn jeder einmal zum snacken hat, ist er wieder voll vom live, ja? Das ist ja nicht mehr Wenn jeder einmal zum snacken kommen ist, ist er wieder voll vom live, ja? Sehr gut! Wo, wo? Tadam! Ich mach direkt noch mal einen Oh Mann, der Häuptling! Häuptling tot? Nein! Scheiße! Gogo! Der wird auch sterben Komm, Tod! Sehr gut! Ja, du musst es! Töter, Dyn! So, der Haltling ist auch da Kann er sich jetzt eine Waffe holen oder wie sehe ich das? Verrückt ihm nur nichts Was machen wir eben? Sehr gutes Wahnsinn Es muss bloß auch das Ding aussteuert werden Hier Ah, jetzt ist er ein neuer Häuptling entstanden Sehr sehr gut Weil ich brauche immer einen Häuptling Sonst verkacke ich So, ich bin immer noch arbeitssam Und eher sozial sozial als erklitzend Tadadam Und jetzt kommt dann wieder oben rum Das ist ein neuer Häuptling Das ist eine Frage Das frage ich mich echt Das frage ich mich echt Die könnten aber auch fliegen Das ist das Interessante Aber die helfen uns damit Und dann geht's immer minimal schneller Und dann geht's immer minimal schneller Wenn ich mal rüber gucke Wenn ich mal rüber gucke 96% Und dann kommt die fünfte Phase Ich weiß nicht ob sie mir jetzt hochladen würde Oder woanders Weil Nach der Stammesphase Boah, jetzt ist tatsächlich nur einer von den Viechern erschienen Das hat mich mal Ich hoffe mal nicht Bauen Das hat's ein bisschen lang gedauert Aber jetzt kriege ich neue Waffen Und deswegen kann ich jetzt auch Jetzt kriege ich ein Kriegstutel Den habe ich in den Krieg angenommen Und das Ganze wird größer Bis zum nächsten Mal